Ich hatte ja regelmäßig Kontakt mit Herrn Knebel und mit dem Trainer und das war für mich dann nur noch eine Frage. Ich hatte ja regelmäßig Kontakt mit meinem Berater und der sagte, es könnte sich nur noch um Kleinigkeiten handeln. Das war nur noch eine Sache von einigen Tagen und dann war das dann mit der Pressemitteilung gestern für mich auch klar. Ja, ich denke, wenn man mal unabhängig von den letzten Jahren von so einem Verein ein Angebot kriegt, dann überlegt man nicht lange, denke ich. Es ist ein Verein mit wahnsinniger Tradition, die Stadt ist unglaublich und für mich gab es nicht lange zu überlegen, was ich da mache. Das war für mich dann ein klarer Schritt, weil ich den Trainer von früheren Stuttgartens Zeiten auch noch kenne. Und für mich war das dann eigentlich recht schnell klar. Ja, das war für mich natürlich mitentscheidend, dass ich den Trainer kenne, dass ich weiß, wie er tickt, was er voneinander erwartet, wie er trainiert. Und ich bin richtig gut mit ihm zur Stuttgarter Zeit ausgekommen und er hat ein gutes Verhältnis mit ihm, auch wenn ich dann schlussendlich nach Hoffenheim gewechselt bin. Aber das war natürlich ein Hauptgrund, dass ich hierher gewechselt bin. Ja, man freut sich auf die Aufgabe, also wie gesagt, wenn man weiß, was das für ein Verein ist, was für Fans das sind, was es für eine unglaubliche Tradition hat. Und dass der Verein, wo die letzten Jahre waren, eigentlich nicht hingehört. Und das war mit ein Grund, so ein bisschen dieses Aufbäumen, diese Umbruchstimmung da mitzunehmen und einfach da ein Teil davon zu sein. Wieder das, wie sagt man, einfach das wieder umzustoßen, wieder auf eine andere Linie zu kommen. Und das war eigentlich der Ansporn von mir, dass ich da ein Teil davon bin und einfach dabei mithelfen kann. Ja, ich denke, das sind jedem Bundesliga-Klub ähnlich. Also, das bin ich in Hoffenheim gewohnt gewesen. Ich habe da schon einige Konkurrenten vor mir gehabt. Das ist hier dasselbe. Ich denke, ich brauche das auch ein bisschen. Also, der Konkurrenzkampf, das pusht mich immer und das gibt mir noch ein bisschen mehr Kraft. Und ja, ich weiß, was auf mich zukommt, dass es nicht einfach für mich wird. Aber ich denke, wenn ich alles gebe, werde ich meine Chancen bekommen.